Ja, wie ihr seht, habe ich schon mein Partyhütchen aufgesetzt, denn ich wollte mich bei allen Leuten bedanken, die mir geholfen haben, die ganzen Jahre, die sechs Jahre Partyfotografie zu genießen, schöne Zeiten zu haben und deswegen geht das Video an euch da draußen. Einen kurzen Augenblick bitte. Jetzt geht's los, denn ich wollte mich bedanken. Super, das ist ja schon mal ein super Anfang. Vielen Dank, vor allen Dingen an meine Familie, die mich die ganzen Jahre unterstützt hat. Meine Freunde, die Partyleute, Veranstalter, Facebook-Fans, YouTube-Zuschauer, Seitenklicker, DJs, DJs, der Lausitzer Rundschau, der 20 Cent, den Produzenten, den Beatbauern, Be Placed Hoster, Canon, Valimax, My Own Music, Pinnacle, Panasonic, Magix, Lenovo. Es ist wirklich eine schöne Zeit gewesen und ich hoffe, sie geht auch noch ein Stückchen weiter, denn es hat schon sehr viel in meinem Leben beeinflusst und nach sechs Jahren kann man schon viele lustige Geschichten erzählen, so wie mir das Hütchen jetzt gerade runterfällt. Deshalb seht ihr, dass es wirklich alles hier real ist und falls ich euch noch was zeigen kann, dann ist es nämlich so viel, dass ich jetzt ungefähr vier Anläufe gebraucht habe. Aber als ich es jetzt bei denen belasse und da seht ihr es. Aber ja, das war's. Also wie gesagt, noch mal ein herzliches Dankeschön an alle da draußen.